Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit ein paar Einblicke in die Märkte. Ganz speziell heute Euro, Hongkong-Dollar, britisches Pfund, Cannes-Dollar, Nasdaq 100. Und wir gucken noch mal kurz auf das Setup, was ich vor kurzem besprochen hatte, im Nikkei Ludger. Elena, schönen guten Morgen, freue mich euch live dabei zu haben. Übrigens all die, die hier zuschauen und sich wundern, hopps, wo ist denn hier das Live-Bild von Maikin? Keine Sorge, das Live-Bild gibt es, aber die Internetverbindung ist heute wieder relativ schlecht. Es gibt wahrscheinlich doch ein paar Probleme, muss man beim Provider anrufen. Es ist wieder eine schlechte Übertragungsrate. Damit es nicht hakt, habe ich die Video-Übertragung einfach einmal ausgemacht. Und ja, ich hoffe die Inhalte kommen auch ohne mein, ja, bewegtes Bild gut bei Ihnen an. Und damit starten wir direkt ins Webinar mit dem Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Maikin kann zu Verlusten führen. Und sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das also der Risikohinweis. Und damit weiter zu den Tagesnachrichten. Worauf schauen wir heute besonders? Um 14.30 Uhr, da gibt es aus den USA die Baugenehmigung. Um 16 Uhr spricht mal wieder der Herr Draghi, das zweite Mal diese Woche. Und wir wissen ja mittlerweile, Präsidenten von EZB oder FED oder welcher Zentralbank auch immer, die haben das Zeug in der Hand, die Märkte zu bewegen. Deswegen lauschen wir dem Ganzen einmal ein bisschen. Um 16.30 Uhr gibt es dann aus den USA noch die Rohöl-Lagerbestände. Hier ist ein Rückgang von 2,7 Millionen Barrel avisiert. Mal schauen, was es wird. Seit gestern gab es ja auch schon ein paar Ölzahlen, da hatten wir einen leichten Anstieg. Mal gucken, was hier die Rohöl-Lagerbestände heute Nachmittag entsprechend uns sagen wollen. Dann haben wir mit nicht ganz so hoher Relevanz das Thema Erzeugerpreisindex. Das ist jetzt schon durch aus Deutschland um 8 Uhr. Da habe ich noch gar keine Aktualisierungsmeldung bekommen. Aber wir schauen mal, was der Markt heute draus macht. Was gibt es noch an wichtigen Dingen? Eigentlich nicht ganz so viel. Sie sehen es halt, wir haben die Leistungsbilanz aus den USA. Wir haben das Thema Wohnungsbaubeginne auch aus den USA. All diese Dinge um 14.30 Uhr. Und um 16.30 Uhr gibt es zu den Rohöl-Lagerbeständen auch noch die Rohölbestände in Cushing, Oklahoma. Also all diese Dinge warten heute auf uns. Und auch immer der kleine Hinweis, wenn Sie andere Märkte traden, schauen Sie bitte dort auch in die Tagesnachrichten rein. Die muss man nicht zwangsweise auf der Uhr haben. Aber gerade bei kurzfristigen Trades oder kurzfristig angelegten Trades kann es halt immer mal passieren, dass der Markt sozusagen dort erratisch reagiert und Sie vielleicht unglücklich aus Ihren Positionen ausgestoppt werden, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, kriegen Sie einen wahnsinnigen Spike in Ihre Richtung. Das ist dann natürlich toll. Aber das sind Sachen, die sind nicht duplizierbar und deswegen schwierig auf lange Zeit im Depot entsprechend umzusetzen. Zumindest sind das meine Erfahrungen hier im Trading. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Charts. Und für alle hier, die zuschauen, eine Bitte, auch wenn Sie die Frage haben zu dem einen oder anderen Chart, nicht zögern, rein hier in den Chat bei Facebook. Und dann kläre ich natürlich die Fragen beziehungsweise schauen wir uns direkt den Chart an, den Sie gerne mal miteinander besprochen haben möchten. So, hier ist wieder der Stereo Trader, den wir hier bei Tickmill auch zur Verfügung haben zum Traden mit einigen doch interessanten Handelsmöglichkeiten. Also technische Unterstützung, dafür ist ja eine Software da, um den Handler, der eine ausgereifte Strategie hat, bei seinem Arbeiten zu unterstützen. Weil Sie wissen ja alle wahrscheinlich aus dem eigenen Beruf, wenn Sie mit professionellen Mitteln arbeiten, wenn Sie die Erfahrung haben, dann wird das Ergebnis am Ende besser. Wer keine Erfahrung hat, der kann mit dem besten Tool überhaupt arbeiten und wird trotzdem kein gutes Ergebnis erwirtschaften. Also diese Dinge nutzen wir hier entsprechend zum Trading und schauen Sie sich das ruhig an bei Tickmill. Wir haben hier den Stereo Trader zusammen mit den super, super Konditionen hier bei Tickmill. Es sind das einfach Möglichkeiten, einen guten, sehr, sehr guten professionellen Handel entsprechend fürs eigene Portfolio auch durchzuführen. Gut, damit würde ich sagen, hier erster Wert Hongkong Dollar. Aber bevor wir, das habe ich ja versprochen, bevor wir in den Hongkong Dollar reingehen, schauen wir uns noch mal ganz kurz einen anderen Markt an. Und zwar hatte ich ja vor ein paar Tagen über den japanischen Nikkei gesprochen. Also Sie sehen, welche Macht die Markttechnik oder die Dow Theorie oder wie auch immer Sie das nennen wollen hat. Schauen Sie, hier sind die entsprechenden Marken drin. Hier ist mal der Wochenchart und da haben wir gesehen, der Ausbruch über die Woche ist wirklich sehr, sehr gelungen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann weiter nach oben läuft, ist bei den positiven Markten tatsächlich gegeben. Und schauen Sie sich mal an, was hier passiert ist. Wenn wir uns das mal im Tagesschart angucken, es ist einfach total genial. Ja, der ist gestern abgegangen, wie man so schön sagt, wie eine V1. Also das sind genau die Dinge, die möchte man gerne im Depot haben. Und das Ding ist halt mit Ansage auch gekommen. Der Markt hat es gespielt. Wir konnten das Setup reinlegen am Anfang. Niedrige Absicherung zum Thema Stops werde ich übrigens am Freitag in unserem edukativen Webinar. Mal ein paar Worte sagen, wie man Stops vernünftig setzen kann. Auch an Stellen, dass man mal die Chance hat, längere Trades auch laufen zu lassen. Weil viele kennen das wahrscheinlich. Man geht in den Trade rein, man wird ausgestoppt und danach geht es in die eigene Richtung. Also das sind alles Dinge, die sind mit einem guten Stopp-Management nicht 100% zu vermeiden. Aber man kann das Ganze deutlich besser gestalten, wenn man ein gutes Stopp-Management hat. Hängt ja auch immer mit dem Risikomanagement zusammen. All diese Dinge zählen da entsprechend mit rein. Da sprechen wir dann am Freitag im edukativen Part mit drüber. So, und damit weg vom japanischen Aktienindex hin zu unseren heutigen Handelsideen. Hier etwas sehr Interessantes im Euro-Honkong-Dollar. Ist mir gestern aufgefallen, als ich gesehen habe, hoppala, was haben wir hier? Hier übergeordnet haben wir einen großen Trend, der ist abwärts gerichtet. Untergeordnet haben wir jetzt hier einen Markt, der ein paar Mal angestoßen ist. Hier um die 9,19,557. Da wollte er nicht drüber. Ist mehrmals abgeprallt und nach unten gelaufen. Das ist ein Ding, da kann man sagen, gut, schauen wir mal, was da kommt. Wenn wir wieder hier oben sind, Thema Abpreistrategie, kann man sehr schön traden. Weil wenn hier oben immer wieder verkauft worden ist, warum soll dann plötzlich denn ein Käufer massiv brutal nach oben gehen, wenn hier die Käufer eingesetzt haben. Also die Wahrscheinlichkeiten, dass wir hier einen Rücksetzer sehen, sind auf alle Fälle da. Das heißt, kommt der Rücksetzer, dann läuft oder kann diese Korrektur, die hier am Laufen ist, wieder nach unten laufen. Anlaufpunkte wären dann hier diese Tagestiefs um die 9,11,202. Beziehungsweise schauen Sie, hier haben wir unten noch ein paar Tagestiefs. Und dann haben wir hier den Support bei 9,049,36. Also auch das ein Support-Level, das im Chart schon mal gehalten hat für das kurzfristige Trading, für das mittelfristige, wenn man davon ausgeht, dass der Markt tatsächlich wieder nach unten läuft. Dann wäre natürlich hier zum Thema Trendfortsetzung einmal zu sehen, hier unten dieses Tief bei 8,87,005 in diesem Bereich. Also das wären mal so die Ziele, die man sich als Trader auf der Unterseite suchen könnte, wo man die Frage beantworten kann, wer verkauft denn nach einem, wenn man auf die Short-Seite hier klettert. Auf der anderen Seite, wenn man einfach mal schaut, es könnte natürlich auch sein, dass der Markt nach oben geht. Dieses Potenzial sehe ich persönlich in der jetzigen Chart-Situation allerdings für etwas begrenzt an, weil sehen Sie, wir haben hier relativ nah aneinander doch ordentliche Widerstandslevel liegen. Hier oben die Marke von 9,21,924. Die hatten wir auch schon getestet, aber da ist er auch nicht drüber gegangen. Und danach gab es diesen starken, starken Schub nach unten. All diese Dinge liegen hier noch über uns. Harte Widerstände, was das Potenzial für starke Kursbewegung nach oben etwas eingrenzen sollte. Heißt also, hier nach oben hin ist der Deckel ziemlich doll drauf. Wir haben quasi drei Deckel oben drauf liegen, was starke Kursbewegung aushebeln sollte. Es sei denn, es gibt Nachrichten, die das Ganze natürlich befeuern. Das muss man mal sehen. Aber von der Seite her sieht dieser Markt eher nach unten gerichtet aus. Und da macht es natürlich entsprechend auch Sinn, nach unten gerichtete Trades auch ranzulegen. Und wer sich das Ganze hier oben auch anschaut, in den kleineren Zeiteinheiten, beispielsweise hier in den 5 Minuten, da sieht man halt auch, was oben an diesen Levels gespielt wird. Ich muss das jetzt bloß mal etwas größer stellen, damit wir auch was sehen können. So, jetzt habe ich natürlich hier nichts mehr drin. Mal gucken, wo meine Markierungen sind. Da oben sind sie. Schauen Sie, hier ist der Markt einfach reingestochen und hat dann wieder einen Abwärtstrand gebildet. Reingestochen, starke Dynamik nach unten. Was haben wir hier noch? Hier oben reingestochen, kleinen Augenblick. Hier sehen Sie es auch reingestochen. Und zack, hat sich schon wieder ein Abwärtstrand gebildet. Das sind so die Dinge, wo man sagt, in den kleinsten Zeiteinheiten kann man diesen Rebound von oben traden. Also Rebound, nein, das ist ja dann im Endeffekt ein Abprall aus diesem Bereich. Und den schiebt es dann richtig nach unten in Richtung des übergeordneten Abwärtstrands. Das sind so die Sachen, die kann man im Kleinen gut zum Traden entsprechend auch mit nutzen. Und für die eigene Portfoliogestaltung dann entsprechend umsetzen. Also es kommt immer auch ein bisschen darauf an, welchen Zeiteinheit sie traden, in welchen Zeiteinheiten sie unterwegs sind. Auf alle Fälle entsteht hier oben immer Feinbewegung. Mal gucken, was wird. Aktuell haben wir so ein bisschen einen positiven Tag. Wir haben hier oben aber den Deckel drauf. Und das gilt es entsprechend hier immer mit zu beachten. Dann schauen wir in den nächsten Markt hinein. Und zwar den britischen Pfund Kandollar. Auch wieder hier im Tagesschart, weil der uns genug Raum für die Stellen zum Suchen bietet, wo Bewegung entstehen kann. Auch hier, kleinen Augenblick, muss ich mal noch die Einstellung wieder so machen, dass wir alles gut sehen können. So, jetzt haben wir genug Zeit hier. Der Chartverlauf, der wird sich so ein bisschen an das erinnern, was wir gerade gesehen hatten im Euro-Hongkong-Dollar. Wir haben übergeordnet einen nach unten laufenden Markt. und sehen hier oben um die Marke von 1,71,867, ein Bereich, wo wir hier schon dreimal oben reingelaufen sind. Aber dreimal ist der Markt nicht geschafft hat, wieder nach oben zu laufen. Das ist jetzt das aktuelle Bild. Also auch hier haben wir eine gut gelaufene Korrektur, die hier so Tendenzen nach unten wieder ableitet. Nach oben hin gibt es dann noch ein Widerstandslevel, hier bei der Marke von 1,73,1,61. Also wenn er doch hier drüber stoßen sollte, wenn die Händler die Stärke finden sollten, doch noch ein Stückchen tiefer zu kontrollieren, dann wäre hier der nächste Anlaufpunkt zu sehen, wo der nächste Widerstand wartet. Aber momentan schaut es einfach so aus, als würde der Markt das Umkehrsignal von gestern auch spielen und nach unten laufen. Hier unten im Bereich von 1,69,219 ist der nächste Anlaufpunkt, die nächste Unterstützung im Tageschart zu sehen. Und Sie sehen schon auch hier, ich habe ein paar magendafarbene Linien im Chart mit drinnen. Die kommen natürlich wieder aus der Stunde heraus und die Stunde zeigt uns in ihrem Verlauf einfach nach unten hin Anlaufpunkte, wo es immer mal wieder Widerstände oder beziehungsweise, ja doch in dem Moment sind es ja Anlaufpunkte, weil wir von oben kommen als Unterstützung das Ganze zu bieten haben. Also hier ist dieser Bereich, wo wir hier drüben schon lange rumgetingelt sind, um die 1,70,525. Hier, das kann für Support nach oben sorgen, aber momentan läuft der Markt nach unten. Wir sehen auch sehr schön hier den abwärts gerichteten Markt in der Stunde. Nächster Anlaufpunkt wäre dann das Tief hier, was wir aus diesem Trendschub hier nach oben hatten. Das liegt bei 1,70,200. Das haben wir hier im Markt einfach liegen. Auch hier ein Unterstützungsbereich, der hier oben von unten her schon mal etwas getestet wurde, wo es auch hin und her ging. Also da liegen einige Dinge drin, die wir direkt aus dem Stundenchart herausnehmen können, bevor wir dann hier unten angekommen sind am Support im Tagesschart. Läuft der hier weiter runter, dann ist natürlich die Chance gegeben, dass wir Stück für Stück auch hier diese ganzen Tiefs ablaufen, um dann unten wieder anzukommen am aktuellen Trendtief hier um die Marke von, wo liegen wir, bei 1,65,870. Das zum britischen Fund im Cannes-Dollar, also in dieser Konstellation sozusagen. Und damit schauen wir dann noch in den Nasdaq hinein. Ein schöner Markt, ein feiner laufender Trend hier, der immer wieder Stärke zeigt. Auch hier reicht erst einmal aus der Blick in den Tagesschart hinein, wo wir auch natürlich sehen können, wo haben wir denn Möglichkeiten heute hinzulaufen. Und auch hier der Blick hinein in die Chart-Technik, reine technische Analyse an dieser Stelle. Was sehen wir hier? Ich hatte vorhin noch den Moving Average drin, den einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Und wir haben ja in den Besprechungen, die wir freitags immer zu den Indizes machen, haben wir ja gesehen, wir hatten Anlaufpunkte hier bereits, schauen Sie hier und hier. Und jetzt haben wir wieder Anlaufpunkte hier in diesem Bereich an den 50er gleitenden Durchschnitt. Und das ist für diesen Index aktuell scheinbar eine schöne Unterstützung, die der Markt gerne auch mal anläuft, um dann wieder nach oben abzudrehen. Und schauen Sie, was hier passiert ist. Wir haben hier gestern, vorgestern aufgesetzt und gestern sind wir dann in diesem Bereich gleich wieder schön nach oben umgedreht. Wir haben hier unten noch einen Support-Bereich, auch in der Gegend bei knapp 7400 Punkten. Was passiert jetzt? Läuft der Markt hier weiter nach oben? Schauen wir mal, da können wir die Tageshochs mal rannehmen. Das heißt, zum einen das Tageshoch von gestern, das liegt bei, jetzt muss ich selber erstmal schnell schauen, wo das Tagestief lag, das Tageshoch lag gestern bei 7535 Punkten hier im Chart. Danach kommt das Tageshoch vom, was ist das gewesen, vom Freitag letzte Woche, nee vom Montag, wir haben heute schon Mittwoch. Ach Gott, wie die Zeit vergeht. Das Hoch lag hier bei 7547 und dann haben wir hier noch das Tageshoch bei knapp 7600 Punkten hier, es liegt bei 7595. Das ist mal als Planung für die Oberseite. Wenn wir dynamische Aufwärtsbewegen heute bekommen, dann sind das durchaus Marken, die wir hier auch anlaufen können. Das heißt, das positive Bild, was es hier gestern gab, wenn es sich nach oben fortsetzt, sind dann die Dinge. Und das Schöne ist, eine Untermalung dieser Trendstärke findet dann statt, wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen. Weil dann haben wir untergeordnet wieder einen laufenden Aufwärtstrend, so ähnlich wie wir das hier gehabt haben. Und das ist dann ein sehr, sehr, sehr positives Zeichen für den Weg hier oben Richtung dem aktuellen Allzeithoch bei 7689 Punkten. Das ist also sehr, sehr interessant, was hier in diesem Markt momentan passiert und das sollte man auf alle Fälle mit auf der Uhr entsprechend haben. Und übrigens für diejenigen, die sich immer mal so ein bisschen für Korrelationen auch interessieren, korrelative Währung zum US-Markt ist der Dollar-Yen. Und wenn wir uns das einmal anschauen, der Dollar-Yen, ich nehme das mal ganz kurz hier in diesen Chart rein, US-Dollar, japanischer Yen. Denn, Sie sehen es, der Aufwärtslauf der Indizes ist häufig mit dem Aufwärtslauf hier dieser Währung, dieses Trends, dieser Trends, die wir hier haben, miteinander verbunden. Sie sehen ja auch, was wir hatten. Wir hatten das Währungspaar ja auch besprochen. Wir hatten hier diesen Unterstützungsbereich in diesem Markt. Jetzt hat man dann hier das Hoch mit überlaufen als Anlaufpunkte. Also all das läuft momentan. Und das ist eine Währung, die läuft halt mit, weil wenn die US-Märkte gesucht werden, dann wird der Dollar gesucht. Und man weiß ja mittlerweile, dass der Dollar und der Yen Währung sind, wo Geld immer hin und her fließt. Das hat etwas mit der Historie zu tun. Und da wissen wir halt, wenn entsprechend die Währungen bzw. die Trades im US-Dollar-Raum gesucht werden, dann wird halt Geld vom Yen im Dollar umgeschichtet. Das erhöht die Nachfrage nach dem Dollar, macht den Yen sozusagen schwächer. Und aus diesem Punkt bekommt man pro US-Dollar mehr Yen und deswegen steigt dieser Chart hier an. Das kann man wirklich sehr, sehr schön nehmen. Und wer sich das Ganze anschaut, auch hier, wenn die US-Märkte heute weiter hochlaufen, hier die nächsten Anlaufpunkte. Wir hatten das ja in der Vorbereitung zu diesem Chart auch gesagt, wäre dann hier mal das Tageshoch um die 112.621. Das wäre mal der Anlaufpunkt. Also hier auch die Korrelationen. Schau mal einfach drauf. Nehmen wir mit, was es da an Möglichkeiten gibt. Das sind alles sehr, sehr, sehr spannende Sachen an dieser Stelle. Gut, dann möchte ich mich hier und heute für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche allen, die das Video jetzt live geschaut haben bzw. dann im Nachgang auch schauen, im YouTube-Kanal von Tickmill einen angenehmen Mittwoch. Gute Trades und ich freue mich schon darauf, Sie morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Vormittags bzw. vor dem Webinar natürlich immer alles in Wort und Bild geschrieben im Blog auf Tickmill. Ich zeige es Ihnen noch mal ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen und auch nicht auf Facebook unterwegs sind. Schauen Sie einfach mal auf die Website hier von Tickmill. Also hier einfach eingeben im Netz, tickmill.com. Dann gehen Sie auf die deutsche Seite. Hier finden Sie alle Informationen rund ums Trading. Die Trading-Plattformen, die Sie hier haben, die Instrumente, die es gibt, alle Werkzeuge. Hier haben wir auch den Stereo-Trader, wo Sie direkt drauf zugeben können. Also all diese Dinge laufen hier ganz gut. Wer da auch Informationen sucht auf meiner Website, ist mittlerweile auch meine Partnerschaft mit Tickmill ersichtlich, weil ich einfach sehr, sehr gern hier zusammenarbeite. Ich kenne die Leute. Ich weiß, wer dahinter steht und dass die gute Arbeit machen. All diese Dinge. Und dann gibt es hier natürlich auch noch den Blog. Und im Blog, da sehen Sie jeden Morgen meine Einträge hier, meine eigenen Handelsideen, meinen Blick in den Markt, wo Bewegungen reinkommen können, wo Sie dann entsprechend mit Ihren eigenen Setups entsprechend hier in die Märkte hineingehen können. Vielleicht helfe ich Ihnen da, den ein oder anderen interessanten Markt zu sehen und Ihren guten Trade zu planen. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze für Sie auch sehr, sehr gut funktioniert und Sie das Ganze hier auch bei einem hervorragenden Broker umsetzen, weil ein Broker ist immer noch ein gutes Werkzeug, was man zum guten Trading braucht. Und das ist ein Bestandteil sozusagen unseres Portfolios, was wir zum Trading brauchen. Und da passiert das Ganze. Also dann bis morgen. Ich freue mich drauf. Auch Ali einen schönen Mittwoch. Und tschüss, ihr Mike Seidel.